und heute spielen wir mal wieder den computer zeigen denn in der letzten folge sind wir nicht ganz fertig geworden also machen wir heute einfach mal weiter aber wir können ja auch irgendwas wir können hier irgendwie irgendwas sehen weil hier war ein Punkt hier steht CL also man kann irgendwie hier alle Sachen günstiger kaufen wahrscheinlich haben die einfach nur die nun weg gemacht also das heißt das hier kostet 200, 400, 500, 200, 150, 500, 600, 750 wäre möglich jeden fall haben wir hier einiges reduziert jedoch interessiert uns das nicht denn wir wollen dieses spiel natürlich ohne irgendwas zu kaufen spielen machen wir mal irgendwie den ton aus weil das geht einem auf den sack die sacklack so in der letzten folge haben wir nämlich hier diese ganzen laptops habe ich hingepackt aber wie ihr sehen könnt der upgrader kostet drei so und hier kann man sich irgendwie geber kaufen und die wollen wir uns jetzt mal holen so können wir die jemals einsammeln haben wir hier so ein schießding wenn wir da sehen dann haben wir irgendwie feuer und damit können wir einfach nur schlagen mit dem vierten und jetzt komme ich komme ich nicht runter perfekt und ich bin geformt bitte lassen sie mich untertronken also scheint kann man damit so eine wand machen oder irgendjemand anderes war das kann auch sein auf jeden fall haben wir jetzt irgendwie hier sehen könnt 100 ding also das hier sind halt die dinger die man hier mit bohrbugs kaufen kann ich stört ein hier drinnen könnten die auch einfach draußen machen aber man wäre jetzt nicht mehr so ein so wenn wir uns jemanden abwehr für 50.000 man kann mir nämlich die war und sollen den nächsten boden kann man sich mit 150.000 holen und ja da müssen wir erstmal sparen wir kommen machen angriff das macht irgendwie schon spaß leute hier zu spielen aber leute wir gehen jetzt zu jemand anderen zu dem war wenn der jetzt mal hinterher kommt dann weil ich den aber weg wenn wir mal versuchen in der luft abzuschießen nicht so ganz funktioniert das war perfekt so so So. Eiii. So. So. Haben wir beide auch getroffen. Unsere Pflicht ist damit getroffen und wir gehen zurück. Allerdings weiß ich... Ah, das... 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 Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich angekommen bin. So. Da sind wir wieder. Ich muss hier gerade jemanden beseitigen. Ja. Habe ich den hier auch irgend kurz beseitigt? So. Dann können wir hier uns mal neue Geld schaffen. Hier gibt es gerade so einen leichten Pfand die ganze Zeit. Äh... Ja, also ich habe nochmal 300.000 Euro. Einfach so. Schmeckt auf jeden Fall. So. Förderbahn für 50.000 und ein Dropper. Von den 30.000 hier können wir auch noch. 125.000 für den Teppich. Kann man mal machen, muss man aber nicht. jetzt. So. Haben wir den hier auch mal kurz wieder, Lady. Warten einfach, bis er wieder hochkommt. Wenn er hochkommt. Kann auch sein, dass er unten bleibt. 思b. Machen sie. bla templ an chump und. Ja. En. Ja, okay. Gehen wir uns geschlagen. Gehen wir uns jetzt mal hier ums Geschäft. Denn wir brauchen ja auch das Geld hier. So, hier sind diese ganzen Kack-Computer, die mir gar nix bringt. So. So. Mann. Ey. Hallo, jetzt lass mich hoch. Nein. Nein. Geht so nett. So. Ich bin dann kurz erledigt. Kaufe, du auch auf 40.000, 50.000, 60.000. So. Wir warten jetzt hier. Einfach. Er hat mit mir Krieg angefangen. Dann kriegt er auch seinen Krieg. Nein, das blieb ich mir nicht vor. Ja, okay. So. 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 dann wieder 2000 auf 70.000 den haben wir hier wieder aufgekauft 80.000 hunderttausend wie sowieso viel wieso wieso ich leute wieso so viel doch keiner für eine wand egal wenn man uns gar nicht drum so in die nacken zu diesen 1000 dropper natürlich auch noch 90.000 dings so ja 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 das war mir bewusst aber für 100.000 so beides also 200.000 ok dann warten so immer so machen wenn ich schneller dort und haben diese wenn ich hier auch der reihenfolge alles holen uns immer die waffen alle und warm und warm hat mir nicht mal pc das war's mit dem video wenn es euch war dann lasst gerne ein abo und kommentare es kommt noch im dritten part gerne auf meinem discord server vorbei der ist unten in der beschreibung verlinkt schaut auch gerne auf meinem disco auf meinem disco bot vorbei ist es auch in der wibeschreibung verlinkt ist mein eigener musik dort würde mir würde mich freuen wenn ihr den einladen würde ein trauma schau